Es geht hier los im Astro Piazzola Konzertsaal, heute ein Triokonzert, zwei der drei Künstlerinnen sind Lehrkräfte in der Musikschule Anja Bartos, Violine, Monika Gaccia und die haben noch eine Kollegin, eine koreanische Pianistin mitgebracht, die Niu Song und spielen eben Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, der Klaviertrio und eins von Felix Mendelssohn-Bartholdi. Und das ist so der Startschuss jetzt im Haus und dann geht es auch gleich ziemlich sportlich weiter. Am 19. Mai dann eben ein Konzert in der Katharinenkirche, ein Benefizkonzert, ein Weinles im Kulturschuppen und so weiter. Es gibt einen schönen Flyer, den ich dann jedem ans Herz lege, da können Sie sich informieren. Ich denke mal, da ist für jeden etwas dabei und wir werden sicher hier schöne Jubiläumsveranstaltungen haben. Ich denke mal, da ist für jeden etwas dabei und wir werden sicher hier ein paar Jahre. Ich denke mal, da ist für jeden etwas dabei und wir werden sicher, dass ich noch ein paar Jahre im Kulturschuppen, ein paar Jahre im Kulturschuppen, und so weiter. Das ist für jeden etwas dabei und so weiter wie wir werden. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020